Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder gucken, was im Great Vault drin ist. Und ja, ich war letzte Woche wieder mit meinen insgesamt 4 Chars relativ fleißig. Unter anderem bin ich mit einigen im Normal Raid durchgelaufen, im HC Raid bin ich mit Main durchgelaufen, ein paar Mewtwo Plus gemacht, ich habe auch einige RBGs gespielt. Also wir haben, oder wir müssten einiges in den Kisten drin haben und ich würde sagen, da gucken wir einfach mal rein und dann schauen wir mal, was wir da so wählen an Items. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen, ja, Gear-Upgrade wäre schön, so ein Gürtel mal auf 2,26 und so weiter, wobei ich ehrlich gesagt schon langsam nicht mehr dran glaube. Wichtiger wäre mir tatsächlich, dass ich die Transmog-Items aus dem aktuellen Raid fertig bekomme und dementsprechend da dann nicht mehr reintiegen muss, das ist nämlich relativ zeitintensiv. Und wenn ich weder einen Gear-Upgrade habe, noch quasi einen Transmog-Teil aus dem Raid, dann habe ich ja noch so ein kleines Backup-Ding. Und zwar haben wir dann noch die Möglichkeit, PvP-Teile zu kriegen und die dürften Transmog-Technisch auch nett sein. So, wir swappen das jetzt mal hier rüber und schauen, was drin ist. Und, okay, das sieht glaube ich nicht so gut aus. Wir haben hier Hände drin. Ach, habe ich letzte Woche nur... Ach, nee, ich habe den vierten Key nicht gelaufen, fällt mir gerade auf. Ah, ja. Also, ich habe hier Hände drin und ich dachte eigentlich, dass ich vier Keys gelaufen bin. Ich bin aber anscheinend nur drei gelaufen. RIP. Okay, die Hände kann ich schon mal nicht brauchen. Die sind ziemlich crappy. Dann einen Trinket brauche ich auch nicht. Einen Waffentoken brauche ich auch nicht. Und die Schuhe... Warte mal, ist das das Item, was ich noch brauche aus dem Raid? Nice. Ja, das kann ich brauchen, Transmog-Technisch. Dann nehmen wir schon mal die Schuhe. Hier unten wäre ein Trinket gewesen. Unten ein Umhang. Den Umhang könnte ich Transmog-Technisch gebrauchen. Das Trinket hätte ich sogar auch genommen. Ich habe nämlich nur eher ein Trinket, weil ich geizig bin und ich keine Eroberungspunkte ausgeben will. Aber, ja, wir nehmen die Schuhe. Die kann ich auf jeden Fall brauchen. Einmal Schuhe eintüten. Und jetzt müsste ich... Also, ne, anziehen brauche ich sie nicht. Die können wir dann gleich verkaufen. Aber, ähm, vom Set her sieht das jetzt sehr schön aus. Jetzt brauche ich nämlich nur noch den Kopf. Ich brauche quasi aus dem HC nur noch von, ähm, Drenatrius den Kopf. Und ich muss mal gucken, ob es noch andere Items drin sind. Hier sind jetzt wieder ein paar mehr Sachen drin, ähm, weil ich es nicht gedebuckt habe. Aber egal, zum Gucken dürfte es jetzt ausreichen. Äh, Heroisch. Genau, also den Kopf. Gut, die Orbs sind halt hier drin, weil ich, ähm, von den anderen Covernants noch Dinge brauche. Aber ich brauche tatsächlich, bis auf den Zonendrop, den ich aber im Auktionshaus kaufen kann, nur noch den Kopf von Drenatrius. Jetzt bin ich halt am überlegen, ob es sich überhaupt noch rentiert, komplett HC durchzulaufen. Oder, ähm, ob ich einfach immer nur Drenatrius umhau und drauf hoffe, dass ich den Kopf von ihm direkt bekomme. Und dann könnte ich mir ein bisschen was sparen. Also da bin ich einen Ticken am überlegen, tatsächlich. Hm. Hm, 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 hm. Aber die Schuhe waren jetzt schon mal, ähm, die waren jetzt schon mal sehr gut. Lieber, ich sag's euch ganz ehrlich, lieber hätte ich den Kopf bekommen. Weil die Schuhe, ähm, hätte ich auch im Auktionshaus kaufen können. Die sind, also die, es gibt auch Schuhe für das Set, die, ähm, beim Trash droppen. Aber nichtsdestotrotz, die Schuhe sind ja auch nice, ne? Jetzt brauche ich ja nur noch den Kopf. Mal gucken. Ja, eventuell habe ich ja richtig Lack und, ähm, laufe heute oder morgen dann nochmal HC rein und kriege den Kopf direkt raus. Dann bleibe ich mit dem HC fertig und müsste quasi nicht mehr heroisch gehen. Und jetzt würde ich sagen, guck mal noch ein bisschen NHC-technisch. Denn ich war mit, ähm, drei Chars auch im NHC unterwegs. Da fehlen mir auch noch ein paar Teile. Jetzt woppen wir mal den Zweit-Account einmal rein. Und zwar, ähm, bin ich letzte Woche mit meinem Monk und mit meinem Druid gleichzeitig durch den NHC durchgezogen. Also ich habe beide gleichzeitig quasi gespielt, zwei, also zwei Tanks. Und das hat funktioniert, ne? Ich habe immer mit meinem Druid ein bisschen draufgehauen, mit dem anderen nebenbei Autohit. Und immer wenn ich tronten musste, habe ich hin und her geswappt. Das hat besser funktioniert als ich dachte im NHC. Also das lief ganz gut. So, jetzt gucken wir mal. Ihr seht, im NHC brauche ich auch nur noch den Kopf hier vom Endboss. Also ihr seht schon, der Kopf scheint irgendwo so ein Fluch zu sein. Sowohl im NHC als auch im HC ist natürlich der Endboss der schwerste unter weiten Gruppen rum. Und er droppt halt relativ schlecht, ne? Das ist halt so ein bisschen schade. Jetzt hoffe ich, dass ich mit dem Char hier den Kopf im NHC drin habe. Ich müsste mit dem auch alle drei Belohnungen freigeschalten haben. Jetzt schauen wir mal. Das ist kein Kopf. Schulter, Hose und Gürtel. Oh, schau mal, das ist ein Zweitransmog. Komm, dann nehmen wir doch das Zweitransmog hier. Also das, ja. Das ist jetzt nichts, was ich für die erste Sammlung brauche. Aber als Zweitransmog ist es ganz nett. Und, oh, das ist sogar ein Upgrade für den Char. Perfekt. Ja, okay. Kopf wäre jetzt besser gewesen, ne? Ich brauche aber, glaube ich, noch ein anderes Teil. Jetzt gucken wir mal kurz rein. Ich meine, ich brauche aus dem NHC... Genau, ich brauche den Umhang noch von den Generälen. Den würde ich auch noch brauchen. Mal gucken. Den Kopf und den Umhang. Und klar, hier sind diese Waffentokens drin, ne? Und bei den Waffentokens ist es so, dass ich da noch ein paar Sachen brauche. Aber die kannst du auch im LFR farmen. Das ist nicht viel tatsächlich. Also von dem her passt es. Oh, warte mal. Wir können hier eigentlich umloggen. Ich brauche gar nicht swappen. Das eine könnte ich jetzt mal noch schnell verkaufen, dass mir das das Inventar noch nicht verstopft. Ein bisschen besseres Game ist der... Ja, komm, fast 200 ist der... Kann man nicht... Kann man nicht motzen. Mittlerweile kriege ich mit den Chars über die Berufungsquests auch die Tapferkeitspunkte, ne? Und ich könnte theoretisch, weil ich ja ab und an die nekrotische Schneise fürs Mount laufe, auch diese Teile hier upgraden, ne? Also wahrscheinlich könnte ich irgendwann mit den... Hier mit den Berufungsquests alles auf 2.20 basteln, denn ich habe ja das 15er alle in Time Achieve mit den Keymaster, Keystone Master, so heißt es. Und das ist anscheinend auch accountweit, ne? Also theoretisch kannst du über Worldquests und M plus 0 deine Chars über lange Sicht auch hochgehen. Ob das natürlich sinnig ist, ist die andere Frage, aber wenn man die Punkte eh nebenbei bekommt, ist es, denke ich, mal ganz nice. So, dann gucken wir mal im nächsten Char. Mit dem Druid müsste ich... Ja, genau, mit dem waren wir auch. N hat sie einmal durch. Drück mir den... Drück mir den Daumen. Kopf, 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 Kopf. Ah, schade. Kein Kopf drin. Kein Kopf drin. Aber die Dings kann er... Jetzt schauen wir mal. 2 Transmog ist auch nix. Ich könnte... Den Umhang ist schlechter. Das Trinket wäre eventuell was. Was haben wir hier? Schultern... Ach komm, ich nehme die Schultern, oder? Hm. Schade. Das wollte leider nicht. Einmal die Schultern. Und jetzt haben wir noch einen letzten Char. Und zwar bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Mit dem... Mit dem letzten Druid bei den Night Fee. Das ist mein best Equip, das der Trinkt zumindest. Was ich mit dem genau gemacht habe. Ich meine, ich war ein paar NHC und ein paar HC-Boss. Jetzt bin ich mir halt nicht ganz sicher, wie die Skalierung hier in dem Great Vault ist. Ob ich da alle Items kriege. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Wahrscheinlich kriege ich ein HC und ein NHC-Item. Schätze ich mal. Ne, ich kriege zwei NHC. Okay, interessant. Interessant. Wir haben einen Gürtel und wir haben ein Waff... Oh, das ist ein Waffentoken. Im Schild... Ne, ein Schildhandtoken. Wobei ich mit Night Fee tatsächlich noch einen Schildhandtoken brauche, wie ihr seht. Um mir die Schildhand zu kaufen. Also Transmog-technisch ist das jetzt ganz okay. Schade. Ich habe doch... Was habe ich denn? HC habe ich doch. 2, 3 Bosse. Ah, wahrscheinlich... Wahrscheinlich waren es zu wenig HC-Bosse, ne? Dass ich dementsprechend da auch noch ein HC-Item gekriegt habe. Schade. Der Kopf war nicht dabei. Jetzt brauchen wir aus dem Raid quasi ein... Also aus dem HC-Raid brauche ich halt den Kopf noch, ne? Und aus dem NHC brauche ich den Kopf und den Rücken noch. Jetzt bin ich am überlegen, wie ich es machen soll. Eventuell laufe ich aber dennoch mit meinem Main komplett den Raid durch im HC, um einfach die Chance zu haben, dann aus dem Great Vault das rauszukriegen. Vielleicht mache ich es so, dass ich dementsprechend erst den Endboss mache. Erst den Endboss im HC. Und wenn da der Kopf nicht droppt, dann suche ich mir halt noch eine Gruppe und mache die anderen neuen Bosse. Oder ich glaube, alle brauche ich dann sogar gar nicht machen, sondern könnte dann auch sagen, okay, ich mache vielleicht dann alle bis auf die Generäle und den Endboss, weil ich brauche ja nur neun Bosse, dass ich quasi die drei Loot-Items kriege. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Opening. Wir haben zwar zumindest ein, zwei Transmog-Teile gekriegt, leider kein Loot-Upgrade, aber so ist es. Vielleicht haben wir nächste Woche mehr Glück und ich muss mich diese Woche daran erinnern, dass ich vier Keys laufe und nicht nur drei. Das war ein bisschen Käse an der Stelle. Aber naja, nächste Woche kriegen wir schon wieder irgendeinen Upgrade. Gut, damit verabschiede ich mich. An der Stelle hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.